Naja, du triffst schon, wenn auch so, aber naja... Den Wixx oder wie? Oh, der Heli kommt wieder. Ganz fort, Heli. Er ist tot. Ist das irgendwas beschleunigt, ich hab das Fahrzeug. Oh, mei, sein wir mal an ihm nirgendwo, ha? So eine Scheiße. Zwei Leute. Hat von ihm nirgendwo wieder. Ja, der ist ja. Der schießt Raketen auf, aber was hat denn? Vor ihm nirgendwo auch gestürzt. Das ist auch scheiße, ja. Das ist wieder ein Typ mit einem Wagerl. Der würde uns zusammenführen. Schießt auf die Typ mit einem Raketenwerfer. Nein, nicht, Alter. Oh, wir haben. Oh, fuck! Ich bin Heli! Hä? Ist das... Oh, ein dicker Ur-Schneider istes...